Hi Leute und herzlich willkommen zu mein erstes Video hier auf diesem Kanal und damit auch zu mein erstes Projekt auf diesem Kanal. Mein erstes Projekt auf diesem Kanal ist Minecraft überleben. Hört sich zwar eigentlich sehr einfach an, doch für mich ist das nicht einfach. Es ist so einfach. Ich bin seit nicht so lange auf dem Computer Minecraft und deswegen wird das schwer, weil ich bin auch einer, der sich eher immer zurückhält. Also wir haben schon mal einen guten Spawn, weil, äh, der ist schon ein geiler Spawn hier. Ja, bitte, es bleibt wichtig. Ich habe, ja, ich habe keinen Minecraft-Skin. Ich will mir einen, einen guten Minecraft-Skin. Also ich spiele auch Minecraft auf meiner Switch, aber auf meiner Switch, äh, da habe ich einen Minecraft-Skin. Hier habe ich halt keinen Minecraft-Skin. Äh, das ist halt ein bisschen blöd. Aber, sonst, äh, ich würde mir aber noch einen Minecraft-Skin machen. Ein Minecraft-Skin ist sehr wichtig, finde ich. Wenn man keinen Minecraft-Skin hat, sieht man scheiß aus. Hehe. Also in diesem Fall geht es nicht darum, äh, Minecraft durchzuspielen, dass ich eh fast gar nicht kann. Ich möchte nicht mehr schlappen. Hehe. Ähm, hier geht es eher so darum, äh, zu überleben. Äh, deswegen heißt es ja auch mal Kopfüberleben. Auf jeden Fall deswegen, ja. Ich muss ja jetzt so viel Holz holen, Junge. Das ist ja... Sehr, sehr, sehr wichtig. Komm, gib mir Holz, gib mir Holz. Gib mir Holz, gib mir Holz. Gib mir mehr Holz. Oh, Mist, das ist halt dumm. Also ich bin eigentlich schon sehr gut mit der Störung, aber... Ich bin jetzt schon ein halbes Jahr, aber ich bin zu oft. Ähm, ich kann schon mal verraten, es wird bald ein Loch in mein Projekt geben, wenn es zu Ende ist. Dann werden wir es im Modpack spielen. Vielleicht kennt sich jemand auch. Great Life. Also im Modpack. Schubern. Vielleicht werde ich das auch spielen. Also vielleicht, wahrscheinlich. Also wenn es hier zu Ende ist. Das Projekt. Weil das hab ich halt, das Modpack. Und warum soll ich das jetzt nicht benutzen? Wenn ich es hab. Ähm, deswegen ja. Ah, Junge, schon lange nicht mehr Minecraft gespielt hier. Ah, auf der Bitschok, da spiel ich immer mit. Buch. Ah, hier will ich nicht mit Buch spielen. Hier will ich ohne Buch spielen. So, mach ich ja alles abbauen. Also es wird sehr, sehr schwer überleben. So, wenn ich weiß, wäre ja einer, der sich nicht mehr so gut ist. Ach, Steinzeit. Ach, die, 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 die Fortschritte. Die sind so. Ich hab, die hab, die hab die Schule lange nicht mehr gehabt. Auf der Bitschok gibt's die ja nicht. Weil ich find die so cool. Ja, aber. Die sind aber nur geil, diese Fortschritte. Warum gibt's die nicht auf der Bitschok? Aber langsam wird ja irgendwie die Bitschok auch zur Java. Also, das muss ich auch so denken. Bitschok zur Java. So, passen, das ist nicht ungehört. Ich hab auch. Ich hab noch kein Bitschok. Hm, wegkloppen. Das ist nichts für Veganer. Gar nichts. Veganer, bitte weggucken dabei. Veganer, bitte nicht hingucken. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur einen Schlaf weggekloppt. Wie geht dieser Trick nochmal? Keiner noch nicht. Ich kann das nicht. Ich brauch das. Dann brauch ich das. Dann hab ich, dann brauch ich noch das. Hä, das. Grundtools haben wir. Das Wichtigste. Hä? Das Wichtigste. Natürlich das Wichtigste. Als erstes. Oh Mann. Essen. Warum müsst ihr kein Essen? Doch, ein Essen hab ich schon, ja. Reif, reif, reif. Als erstes Mittag, okay. Aber dieses Projekt wird halt so lange gehen, bis ich halt sterbe. Das ist natürlich ganz, 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 ganz. Natürlich. Du kannst aufhören. Gib dir dein Essen. Warum spawnen hier immer so Hühner? Immer wenn ich Hühner brauch, so kann man keine. Immer wenn ich so fahre. Warum stirbt das nicht? Junge, auf der Pitchock stirbt es sofort. Ah, keine Ahnung. Warum hab ich auch 26 Samen? Warum? Warum? Warum hab ich 6 so viele Samen? Also, eigentlich rächen ich nicht so viele Samen. Ich brauche, ich brauche, ich brauche Melonen. Melonen, Melonen, Melonen. Ich brauche Melonen. Brauche ich Bambus? Ja. Ne. Ah, hier durch den Dschungel erstmal kämpfen. Das blöde an den Dschungel ist halt schon geil, weil ich mag Dschungel. Dschungel ist. Aber, das blöde an den Dschungel ist, dass halt hier ist ja halt nicht so viele Tiere spawnen. Tiere spawnen nochmal. Ich sehe hier nur Hühner. Hühner muss ich ja erstmal braten, bevor ich sie essen kann. Okay, aber Melonen habe ich schon mal. Ja, das ist geil. Einmal einen Ofen, einen Ofen, einen Öffen. Die Öffis. Ich habe einen Öffi. Okay. Alles, wir kauen, alles, oh, okay, der lag hier einfach. Und, wahrscheinlich werde ich hier auch wohnen. Ich müsste einfach nur überleben. Überleben ist das ein und alles. Das ein und, das ein und alles. Das ein und alles. Das ein und alles. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch mit anderen Leuten eine andere Schwierigkeit bringen. Also, mein Gott nicht. Weil, ich habe Freunde, aber die haben keine Ja-Weidischen. Warum nicht? Ich weiß nicht, warum die alle keine Ja-Weidischen haben. Die haben so viele andere Freunde, aber keine Ja-Weidischen. Warum? Aber egal. Ich will jetzt erst mal hier alleine mal Kraft. Leider. Ich mache aber auch noch geileren Skin. Das ist einfach so. Ohne einen Skin hat man hier nichts. Ohne keinen Skin. Skins sind so wichtig. Also, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob ich gut einen Skin pixeln kann. Also, ich glaube eher nicht. Weil, warum sollte ich einen guten Skin pixeln können? Weil, ich kann fast nie Skins pixeln. Ich habe eine Kreation davon nicht. Ich bin zwar sehr kreativ, aber Skins pixeln, das ist nicht so mein Ding. Ja, ich kann ein Bett machen. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist super wichtig. ich bin hier aber nicht rein. Ich habe keinen Bock auf Monster. Das ist einfach so. Weg da mit dir. Warum habe ich eigentlich, ich bin eigentlich dumm. Ich bin aber auch so auf der Bedrock eingestellt. Mann, Junge. Ich kann doch, eine Axt ist wirklich stärker. Axt ist, oh, äh. Ich brauche mal eine Kraftentäbel. Ich brauche mal eine Kraftentäbel. Wo sind eigentlich geile Höhlen, sind hier. Ich brauche aber jetzt erst mal ein Kraftentäbel. Mein Kraftentäbel. Ähm. Nein. Das will ich einmal nicht. Das will ich bitte nicht. Kraftentäbel, schnell. Ich habe keinen Bock auf Monster. Ich habe gar keinen Bock auf Monster. Ähm. Ich darf gerade einmal gucken, oder so. Lass mich doch schlafen. Lass mich doch schlafen. Lass mich doch schlafen. Fortschritt. Träumen was Schönes. So, das lasse ich jetzt erstmal hier. Ich habe keinen Bock, wenn ich sterbe. Ich habe auch meinen Ofen vergessen. Junge, ich habe einfach alles vergessen. Ich habe mir so, ja, Entschuldigung, ich kann jetzt mal weggehen. Ja, Junge, ich habe alles vergessen. Wo ist mein Ofen? Wo ist mein Essen? Okay, ich habe auch das hier. Das gibt nicht so viel Essen halt. Es gibt fast gar kein Essen. So, hallo, kleine Schaf, frische Schaf. So geht das. Ich liebe diesen Zau, wenn man mit dem reinklatscht. Irgendwas muss doch ein Ofen sein, da oben, ne? Also, das finde ich ja nicht aber geil, Junge. Also, manche finden dieses Schwertsystem nicht so gut, aber ich würde schon sagen, weil du kannst ja auch nicht mit dem Schwert nicht ganz draufklucken. Geht ja nicht. So. Ah, hier ist auch mein Kaffee gewesen. Und jetzt habe ich zwei. Ja, okay, dann lasse ich den jetzt hier. Geh essen. Ich glaube, ich soll jetzt in die Höhle. Also, was soll ich hier machen? Ähm, Haus bauen, ja, schon. Haus bauen, auch wichtig, aber ich gucke erstmal in der Höhle, ob da irgendwo Eisen ist. Eisen ist noch wichtig. So, Spitzsacke rausholen. Erstmal in so eine Mini-Höhle fallen. Nein, nicht in eine Mini-Höhle fallen. da ist ein Skelett. Ach ja. Oh, nein, 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 nein. Junge, warum kommen da gleich zwei Creeper raus? Hilfe! Hilfe? Ja, komm doch mal einer her, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, kleine Creeper, komm doch. Es war dumm von dir, alleine zu kommen. Es war dumm von mir. Es war so dumm von mir, woher das. Komm her, es war sehr dumm. Komm her, Creeper, komm her, komm her. Explodier nicht. Das war so knapp. Ich dachte kurz, der explodiert. Ne, das ist doch schwer, so reinfaller. Kein Bock, da reinzugehen. Gar keinen Bock, wirklich, gar keinen. Äh, ich sehe vielleicht noch. Das war kein Monster. Ist gut. Gibt mir mal ein bisschen Kohle. Aber bisher habe ich hier kein Eisen gesehen. und ich habe auch noch leider, ist auch kein Eisen drin. Hier ist eine Kohle. Schade. Ich wollte auch schon noch mal sagen, ich habe einen WhatsApp-Kanal. Ja, WhatsApp-Kanal. Einfach hier beschreiben auf den Link klicken, dann kommt ihr zu meinem WhatsApp-Kanal. Natürlich, wenn ihr WhatsApp-Kanal habt. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen gut für euch. Könnt ihr einfach reinkommen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reingeht. Ich würde das, ich mache das sehr viel bei Mini-Paluten. Weil, Paluten ist halt einer, ein Fan. Ich bin Fan von Paluten. Äh, Junge, warum sind hier, hä? verstehst du, warum sind hier so viele Hühner? Hä? Wie ist das, warum hier so viele Hühner sind? Ich nicht. Ich überhaupt nicht. Gar nicht. Lorter. So, gib mir meinen, meinen Hühnerhühner. Ja, ich kann noch nicht so gut die Steuerung. Aber, ich werde mir die jetzt nach und nach wirklich richtig auswendig können. So, weil außer nicht lernen, das ist schon da hinten. Das ist hier aus, wenn ich zu dem Ballen. Shift drücken, das finde ich immer gut. Das ist halt auch, das ist halt auch die Konsole besser. Ist einfach so, aber sonst. Und ist das mir egal. Guck mal, da hinten, da kann ich auch noch das Eisen. Ich muss hier aber erst mal mein Bett mitnehmen. ab rüber geht's. Zu meinem Bett. Zu meinem Bett. So. Und bisher ist erst mal meine Melone. Mein Essen. Mein Essen. Mein Essen. Meine Melone ist mein Essen. Das ist mein Essen. Essen, Essen, Essen. Wenn wir auf diesem Video tausend Likes bekommen, oder hundert, das kommt ja auch an, wie viele halt, dann mache ich eine Nacht. Also versuche ich, eine Nacht zu überleben und nicht durchzuschlafen. Ich könnte ein bisschen jetzt nicht hinkriegen und schlafen. Aber dann werde ich eine Nacht hier durch. Nicht schlafen. Ich werde hier nicht schlafen. Ich werde hierbleiben. Mal sehen, ob ich das gut schaffe. Weil das ist für mich schon ein bisschen anstrengend. Eigentlich so lange schaffe ich das nicht. Wo ist sie ein Zombie? Ich klappe sie weg. Das ist doch bestimmt weil da drunter irgendwo ist es. Ist der Zombie... Nee, aber der Zombie interessiert mich jetzt gar nicht. Überhaupt nicht. Ganz um gar nicht. Die mal interessiert mich. Interessiert mich. Ganz um. Ich will jetzt um Eisen. Ein Eisen des Mainz. Wie kann man das klauen? Das ist mein Eisen. Ich muss aber erstmal da irgendwie hochkommen. da hin. Da muss ich hin. Los geht's, los geht's. Also dieses Projekt ist zwar cool für mich, aber es wird auch schwierig für mich. Manche glauben wahrscheinlich, ich mag mich schwierig. Oh Gott. Es wird so schwierig für mich. Also wenn ja die 1000 Abonnenten als Scherz- und 100 Abonnenten äh äh Likes auf das Video muss ich halt in der Nacht also dann darf ich halt nicht sterben, ne? Muss ich halt in der Nacht nicht machen. Ich darf nicht durchschlafen. Also ich darf mich auch nicht einbauen. Das wäre ja sonst zu einfach. Ich darf mich nicht zu tief runterbauen. Das endet auch nicht gut. Das endet nicht ganz und gar nicht gut. Das endet nicht, wie tief ich darf. Das ist wundervoll. Oh, mein erstes Eisen! Ja, geil. Mein erstes Eisen, Junge. Er ist Eisen. Er ist, er ist Glück. Er ist, er ist Glück. Er ist, er ist Glück. Er ist, er ist, er ist Glück. Das ist aber auch ist unblüt. Das ist auch sehr komisch, das zu sagen. Er ist, er ist, er ist Glück. Das ist dein erstes Eisen, aber dafür auch dein erstes Glück. Ich hatte aber schon tausendmal Glück. Hm? Ja. Hä? Guck mal, so. Das da. Hä? Das ist oben am Rand. Das da rein und Eisen rein. Was soll ich mir mit dem Eisen machen? Was soll ich damit machen? Was soll ich daraus machen? Leute, was soll ich daraus machen? Ich mach daraus ein Schild und 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 ja, ich mach mir mal einen äh, einen Helm. Machen wir einen stylischen Helm. Und da aus dem Acker. Also ich mach mir daraus einen Helm und ein Schild. Und ein Schild, und wichtig. Und ein Helm bin ich verloren. Oh nein, ich mach mir das schon in den Dunkeln. Ich mach mir das schon in den Dunkeln. Ich mach mir das schon in den Dunkeln. Das ist nicht so gemacht? Ja, ne? Ja, also. Da. Ich will da kein D hinmachen. Aber bitte. So. Essen, essen, essen. So, Leute. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Wir sind weit gekommen. Hätt schon. Liked am besten und abonniert mich. Bitte. Für mehr soll ich ja folgen davon. Von Minecraft.de überleben. Das freut mich auch sehr gern. Das freut mich sehr doll. Wenn ihr es Spaß macht, euch dieses Projekt. Und damit werden wir Ciao, ciao.